Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute, ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar von den großen Kisten mit Bergungsgut öffnen. Und da brauche ich noch das ein oder andere T-Mock-Teil, unter anderem hier mit dem Hexenmeister. Und dort haben wir einmal Hosen und ich hoffe, dass wir ein bisschen Glück haben und die einmal rausziehen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich ziehe euch vielleicht auch mal den Chat hier hoch. Oh, ich hoffe, dass ich mit dem Hexer vielleicht mal fertig werden könnte. Ein Item ist halt nicht mehr viel tatsächlich. Uh, was war da drin? Ah, nein, Schultern. Schultern brauche ich nicht, aber zumindest schon mal ein Item. Ich sehe gerade, hier ist auch der Chat aktiv, der Handelschat, oder? So wie es aussieht. Ah, nee, das ist der neue Dienste-Chat. Ah, ja, okay. Ja, blöd, das bämmt mir jetzt das Ganze ein bisschen zu. Oh, ich habe Handschuhe gekriegt, die brauche ich auch nicht. Komm, bitte gib mir die Hose. Dann müsste ich zumindest mit dem Warlock schon mal nicht mehr das fahren. Ich habe nämlich jetzt ein paar alte Twinks rausgekramt. Uh, noch ein Item. Drei Items, aber wie das Falsche, mit denen ich halt früher die Garnison gespielt habe. Die haben das zum Glück schon alles ein bisschen abgegradet. Dann muss ja die Follower soweit am Start haben. Lol, einfach vier Items aus den 20 Kisten schon rausgezogen. Wenn ich jetzt das Vergleich mit den anderen malen, wo ich die 20 geöffnet habe, ist halt richtig lucky. Aber die falschen Items bringen mir halt leider auch nichts. Ah, noch ein bisschen Zeug, was ich klein malen kann. Waffen-Upgrade-Item und... Mh, schade. Schade, schade, schade. Satz mit X, das war wohl nichts. Ja gut, das war es eigentlich schon wieder. 20 Kisten haben wir geöffnet. 20 Mal war es das falsche Item, was drin war. Einen Haufen Garnisons-Ressourcen haben wir gekriegt, aber auch vier T-Mock-Sachen. Aber das ist halt immer die Geschichte. Das Letzte ist das Schwierigste, um da einmal eine Klasse fertig zu bekommen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder 20 Kisten habe. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.